servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal an dieser stelle wollen wir uns vielleicht sogar zum letzten mal in diesem addon unserer lieblingsbeschäftigung widmen und zwar torgasten jeder liebt es wer nicht und in dem video wollen wir uns mal angucken welchen sinn und zweck torgast gerade noch hat fernab von dem spiel guten lauf des kerkermeisters dazu hatten wir schon ein video das ist einfach weil sich ein fun modus wo ihr einfach mal ein bisschen rumballern können wenn ihr da bock drauf habt es soll sagen um sachen gehen lohnt sich oder brauche ich torgast in patch 9.2 eigentlich noch da muss ich sagen eventuell also kommt drauf an was ihr so vor habt b was es noch an sachen zu holen gibt für torgaster und dann noch wie schwer sind eigentlich die neuen layer denn wir können ja jetzt von 13 bis 16 noch layer machen aber alles der reihe nach im hintergrund seht ihr einen layer 15 rang lauf von mir hauptsächlich mache ich das deshalb weil ich seelenglut braucht die ich einem twink schicken kann und ehrlich gesagt macht es dann mehr sinn oder mehr spaß das ganze auf einem char mit etwas höherem item level zu farmen damit ich mir das rumgekrebser auf meinem twink nicht antun muss aber gut wie dem auch sei warum braucht ihr noch torgast prinzipiell braucht ihr es nicht mehr denn für das neue legendary braucht ihr oder für den neuen legendary rang braucht ihr kosmischer flux aber und hier kommt das aber ins spiel ist natürlich so wenn ihr euch in stufe 7 base item kauft braucht ihr für die ränge davor natürlich auch noch die ressourcen also ihr braucht quasi wenn ihr ein legendary auf rang 7 herstellt 5150 seelen asche 1650 seelen glut plus kosmischer flux also auch wenn ihr keine neuen ressourcen fahren müsst aus torgast ganz kommt ihr trotzdem nicht drum rum außer ihr habt noch aus den vergangenen patches 20.000 von jeder ressource auf der tasche liegen dementsprechend nächste woche kommt ihr double legendary und wenn ihr da dann beispielsweise euer 291 er craften wollt kann ich schon mal sagen solltet ihr zusehen dass ihr ein bisschen was auf der tasche habt an ressourcen ansonsten wird das eher nichts mit dem craften dementsprechend bin ich jetzt auch schon mal ein bisschen am vorbereiten weil ganz einfach lieber meist jetzt als dass ich dann auf den letzten drücker daran muss da habe ich auch keinen bock drauf also das ist letzten endes der einzige grund warum ihr da torgast noch braucht um eben noch die ressourcen für die ränge quasi 1 bis 6 mehr oder weniger zu bekommen wenn man es so will davon ab aber wenn ihr so sachen habt wie euer turmwissen vollgecraftet oder sonst irgendwas es war schon mal ätzender sagen wir es mal so was auch ein vorteil ist in dem in den adamann walls also diesem adamantium gewölbe was da interessant war letzten endes war ja hauptsächlich dieses sockel item für items aus der zweiten season das ist jetzt auf die neuen items nicht mehr anwendbar dementsprechend ist es mir persönlich auch komplett egal ob ich in dieses gewölbe rein komme oder nicht weil ich brauche dieses sockel item halt nicht oder die conduit upgrades weil habe ich hier schon alles das macht die runs ein bisschen angenehmer während ich hier schön sterbe weil ich brauche halt diese 200 punkte nicht also ich kann jetzt auch legendary powers mitnehmen und dies und das muss da nicht mehr so darauf achten was ich da alles jetzt mitnehme das macht die runs finde ich wieder ein bisschen spaßiger diese reglementierung war halt irgendwas weil ich das hat mir jetzt nicht so mega gut gefallen aber sei es drum idees wurde dies ihr könnt auch bzw eine gewisse punktzahl braucht ihr halt immer um die nächsten ränge frei zu schalten also 160 punkte vier sterne braucht ihr zumindest wenn ihr von layer 15 auf layer 16 kommen wollt sobald ihr das aber einmal geschafft habt ist komplett wurscht danach könnt ihr machen was ihr wollt da könnt ihr hier drin rumpimmeln wie ihr lustig seid warum torgast aber dennoch okay sein kann mehr oder weniger ist für ein paar neue belohnungen die es gibt zum einen habt ihr die möglichkeit seelen in torgast zu finden die sind quasi dann so wie diese mobs die euch quests geben die stehen dann irgendwo angekettet und ihr müsst sie befreien und einfach nur anklicken und schon kriegt ihr die nächste quest ich kann jetzt zum beispiel eine schweineseele freischalten und kann mich dann mit meiner seelenform in ein schweinchen verwandeln also das ist ganz lustig dafür weil sich das sind auch so so die sachen die ich mir schon von anfang an ein bisschen mehr gewünscht hätte weil ich glaube kosmetische anreize in ein bisschen schönerer form werden nicht schlecht gewesen einfach dass du nicht nur pur für diese ressourcen hier reingehst was ihr ebenfalls bekommen könnt sind mounts beziehungsweise mehr oder weniger mounts zum einen habt ihr die möglichkeit das ding hier zu bekommen die kolossale umbra leder schulundratte ebene 13 oder höher in torgast also ihr müsst die neuen layer gehen in torgast und habt dann bei abschluss egal mit wie viel stern die chance dass dieses mount drin ist die ist wohl wie ich recherchiert habe ziemlich gering also es haben leute berichtet von sie haben schon 15 runs gemacht und das ding war nicht drin ich hatte meinen zweiten torgast run der season gemacht und hatte dann das mount drin liegen also ich war scheinbar extrem lucky ist jetzt nicht das schönste mount ich stehe jetzt nicht so sonderlich auf diese schlundratten aber ein kostenloses mount ist ein kostenloses mount also da habt ihr zumindest auch noch einen anreiz torgast zu machen wenn ihr das ding euer eigen nennen wollt und natürlich gibt es auch diesmal wieder und das finde ich auch ganz nett das fand ich letztes letztes season auch relativ motivierend neue erfolge für makellose runs also sprich fünf sterne ihr findet das ganze unter erweiterungsfeatures torgast dann habt ihr hier schon diese zwölfer dinge dafür gab es ein schlundgebundenes streitrost und jetzt habt ihr auch wieder makelloser meister ebene 16 alle dinger auf 16 im makellos run zu machen gibt euch die kolossale seelenfetzer schlundratte und letzten endes die sind jetzt nicht so super verschieden hier das kriegt er für den spießrutenlauf das ding gab es hier drin und das bekommt ihr für den makellosen meister also das goldene ding das sieht ganz okay aus finde ich wer die mounds mag kann dazu schlagen ich würde also es ist immerhin noch weil ich diese herausforderung finde ich ganz nett je nachdem welche klasse ihr spielt kann das ein bisschen einfacher oder schwerer ausfallen aber zumindest sei mal so für kompletisten completion ist es ist eine möglichkeit zu sagen jo ich möchte dieses und jenes haben und das kann ich mir jetzt erspielen also das finde ich ganz okay ansonsten zur schwierigkeit der neuen layer ihr seht es jetzt ich bin in einem 15er drin da muss man halt auch wieder sagen das ist sehr sehr abhängig davon wie gut einfach die boni sind die ihr gekriegt habt ich kann zum beispiel jetzt wo ich einige ziemlich gute talente direkt von anfang an bekommen habe kann ich schon hier direkt durchblasten wie bekloppt während manchmal wenn du einen scheiß run erwischt ist es halt nicht so einfach aber und da kommt das zu tragen was ich eben schon gesagt hatte was es halt ein bisschen einfacher ist wenn du vorher im vorherigen patch in diese adamont walls kommen wolltest war es ja schon so dass du geguckt hast wie kann ich meine punkte ausbeute maximieren sprich weiß nicht das ding mit 500 phantasma beenden oder was hat mir noch kein bonus mehr als einmal ausrüsten oder keine epischen boni und also geschichten das waren sachen die haben sich dann doch teilweise auf die player power ausgewirkt einfach weil ihr nicht maximal verstärkt durch die gegend rennen wollte wenn ihr das maximum an punkten holen wollte und ich war da eher immer so lieber habe ich versucht ein paar punkte mehr zu kriegen weil falls ich dann doch mal sterbe oder sowas kann ich es durch was anderes vielleicht ausgleichen das fällt jetzt eigentlich komplett weg also mir sind diese sterne gerade noch egal wenn ihr dann auf ebene 16 reingeht sieht das natürlich wieder ein bisschen anders aus falls ihr die erfolge machen wollt aber davon ab who cares dementsprechend es ist wieder sehr stark abhängig davon wie gute boni ihr kriegt welche klasse ihr spielt also die item level anforderungen die da teilweise mit drinstehen sind für einige klassen zu vernachlässigen also ich sag zum beispiel der heal shaman der ist immer noch brutal krank was der an der mit raushauen kann in so einem run und ich zeige jetzt euch nur gleich mal hier seht ihr übrigens noch so eine seele jetzt haben wir hier eine kranich seele oder eine welt schreiter weitschreiter seele ist es die spawnen auch relativ oft ich habe jetzt nichts gefunden zum thema ähm wie hoch die chance ist dass so ein event hier mit drin sein kann aber ich bin jetzt das zweite mal tor gast hintereinander und es ist die zweite seele die ich hier drin habe also scheint jetzt nicht so super gering zu sein ähm weil uns teilt sich auch definitiv nicht die chance also beispielsweise dass entweder so eine seele da ist oder ein quest npc weil ich in einem run davor hatte da stand die seele direkt neben einem quest npc also da müsst ihr nicht nur weil dann heißt weiß nicht da ist jetzt so einer der euch eine quest gibt müsst ihr theoretisch nicht resetten ihr könnt beides gleichzeitig bekommen und damit äh sind wir so ziemlich durch mit torgast wie gesagt die ähm den spießruten lauf gucken wir uns jetzt nicht an das hatten wir schon im anderen video ich finde der macht einfach spaß wobei ich auch sagen muss nachdem ich eben eine vier hatte und die belohnung hatte hat sich der anreiz für mich den rest zu machen auch eher in grenzen gehalten es ist eine gute möglichkeit wenn ihr beispielsweise auch noch seelenglut und so weiter braucht da die runs meistens schneller gehen und ihr da beim ersten abschluss zumindest ordentlich belohnung rein bekommt und jetzt schauen wir uns nochmal an wie schnell wir hier den boss umwixen äh den ermächtigten kaiserlichen konsul so packen wir mal dots drauf machen wir mal diese und jetzt abfahrt mit convoke und der dürfte jetzt relativ schnell sterben lebt sogar länger als ich gedacht hatte lol also ihr seht theoretisch erkennt man da wenn ich jetzt ehrlich bin keinen großen unterschied ob das jetzt season 2 oder 3 war wenn ihr gute boni habt sterben die bosse innerhalb von wenigen sekunden wenn ihr schlechte boni habt dann leben sie halt etwas länger und damit will ich es an dieser stelle gut sein lassen ähm ich denke man kann sagen torgast wäre mehr drin gewesen als blizzard letzten endes rausgeholt hat der spießrutenlauf des kerkermeisters ist für mich das wie torgast eigentlich von anfang an hätte sein sollen wie auch der normale torgast modus hätte sein sollen weil er einfach spaß macht und dieses gegrinde jetzt hier naja es ist okay aber es ist jetzt nichts wo ich sagen muss das würde mich oder da hätte ich bock drauf das nächstes addon nochmal zu machen einfach weil es klang in der ankündigung zum addon hier alles wesentlich spaßiger als es letzten endes ist und damit bedanke ich mich fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über ein abo freuen ich wünsche euch noch einen wunderbaren sonntag lasst es euch gut gehen reingehauen